Dieses Jahr feiert das Wahrzeichen von Mühlacker seinen 80. Geburtstag. Inmitten von Feldern und Wiesen erhebt sich der Sender in den Himmel. Der Hauptsendemast tragt 270 Meter in die Höhe. Die anderen zwei Sendemasten stehen in direkter Nähe. Seit dem 21. November 1930 ist die Sendeanlage des SWR in Mühlacker aktiv und versorgt viele Menschen mit aktuellen Informationen. In der Zeit, wo der Sender aufgebaut wurde, war die Mittelwelle das einzige Verbreitungsmedium, was es damals gab. Von daher natürlich schon wichtig, dass man die Bevölkerung auch erreichen konnte mit Nachrichten, mit Informationen, mit Unterhaltung. Mittlerweile hat sich das etwas verändert, weil wir auch UKW-Ausstrahlung haben. Wir haben auch mittlerweile ja das Fernsehen, wo auch die Unterhaltung sehr verbreitet ist. Und von daher ist die Bedeutung von einem einzelnen Mittelwellensender natürlich nicht mehr so stark, wie sie früher war. Am 6. April 1945 wurde der damalige Sendemast, der als der höchste Holzbau der damaligen Zeit galt, von der SS gesprengt. Der Sendemast, so wie wir ihn heute kennen, wurde dann 1949 von Hand erbaut. Er hat einen Durchmesser von 1,60 Meter. Der Standort war jedoch die Mühe wert. Es wurden damals Untersuchungen angestellt. Und zwar ging es in erster Linie um die Ausbreitung der Radiowellen. Und da eignete sich Mühlacker sehr gut, weil hier oben auf dem Hügel ist eine sehr gute Bodenleitfähigkeit, was dann wichtig ist für den Aufbau der Antennen und die Ausstrahlung. Durch die fortgeschrittene Technik werden heute nur noch neun Mitarbeiter für die Wartung benötigt. Diese kümmern sich unter anderem um Lampenwechsel und Steigmastüberprüfungen. Der Sender hat eine Trägerleistung von 100 Kilowatt und erreicht damit viele Orte in Baden-Württemberg. Der Sender hat eine Reichweite von etwa 300 Kilometern im Radius. Der Hauptsendemast ist gut gegen verschiedenste Wetterlagen gewappnet. Auch starke Gewitter und Sturmböen bis zu 200 Kilometer pro Stunde lassen ihn lediglich ein wenig schwanken. Jeder Mast wird von Stahlseilen gesichert und auch die Mastenden sind fest im Boden verankert. Für Mühlacker bleibt er weiterhin von großer Bedeutung. Mühlacker hat die Stadtrechte erst bekommen mit der Eröffnung des Senders hier. Von daher auch dieser Beiname Senderstadt. Und das ist für die Stadt Mühlacker schon auch zumindest in der Anfangszeit ein gewisses Prestige gewesen, hier den Sender am Ort zu haben. Jung und alt sind stolz auf ihre Senderstadt und hoffen, dass ihr Wahrzeichen noch lange erhalten bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017